Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir auf das Neunerköpfle und machen dort eine Winterwanderung im Mai. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, im Mai. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt, wenn es gefallen hat einfach einen Daumen hoch und über Kommentare würden wir uns auch sehr freuen. Also bis bald, ciao, ciao! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Hallo liebe Wanderfunken! Bis bald! Bis bald!